Viparita Pindasana, auch genannt Urdhva Pindasana, ist die Embryostellung im Schulterstand. Vom Schulterstand ausgehend bringe die Beine in den Lotus, dann beuge von der Hüfte herab, gib die Ellbogen um die Oberschenkel und falte dann die Hände. Das ist Viparita, Umkehr von Pindasana, dem Fötus, dem Embryo als Stellung. Es ist eine sehr kompakte Stellung, die auch meditativ ist und hilft den Geist nach innen zu richten. Wer die Flexibilität hat, kann diese Stellung sehr genießen, weil sie sehr ruhig ist und zu einer tiefen Erfahrung von Stille führt. Bindasana Bindasana Untertitelung des ZDF, 2020